Nach Hause kommen ist halt immer aufregend. Immer. Immer. Das ist unser Haus und das ist meine Mutter. Und die sitzt halt im Sessel und trinkt Cola und raucht. Und wenn man vor dem Haus steht, sieht man halt oben schon den Wald, vor dem ich als Kind Angst gehabt habe. Im Grunde ist es wunderschön. Und ich frage mich halt auch immer, warum hast du so eine Angst? Und außerdem mit meiner Mutter haben wir immer einen unfassbaren Spaß. Und wir rauchen so unfassbar viele Zigaretten. Manchmal raucht sie mir auch meine Zigaretten weg. Ab und zu. 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 Ab und zu.